Die Kinder spielen fröhlich im Sandkasten, während wir zuschauen. Die Kinder spielen fröhlich im Sandkasten, während wir zuschauen. Heute sind die Wellen wirklich hoch. Ich lese das Buch im Garten. Ich lese das Buch im Garten. Der Hund spielt mit dem Ball. Ich schreibe eine E-Mail. Ich schreibe eine E-Mail. Ich öffne die Tür. Ich öffne die Tür. Ich sehe die Wolken am Himmel. Ich sehe die Wolken am Himmel. Das ist mein Lebenslauf für meine Traumfirma. Das ist mein Lebenslauf für meine Traumfirma. Es lädt schon seit 10 Minuten. Es lädt schon seit 10 Minuten. Es ist alles gut. Ihre Laborwerte sind alle stabil. Mein Sparschwein ist bald voll. Ich werde mir davon eine Uhr kaufen. Mein Sparschwein ist bald voll. Ich werde mir davon eine Uhr kaufen. Die Straße ist belebt. Die Straße ist belebt. Das ist mein Chef und ich bin die Sekretärin. Das ist mein Chef und ich bin die Sekretärin. Der Mond scheint über dem See. Der Mond scheint über dem See. Ich schreibe jeden Tag in mein Tagebuch, um meine Erinnerungen festzuhalten. Ich schreibe jeden Tag in mein Tagebuch, um meine Erinnerungen festzuhalten. Der Kuchen im Ofen duftet lecker. Der Kuchen im Ofen duftet lecker. Die Sonne scheint durch das Fenster. Das Fahrrad ist brandneu. Das Fahrrad ist brandneu. Das sind die Kandidaten, die weitergekommen sind. Wir drehen einen Film mit Hilfe von Greenscreen. Denn zwei Kandidaten werden jetzt Matheaufgaben gestellt, und sie müssen diese beantworten. Wir arbeiten bis spät in die Nacht. Wir arbeiten bis spät in die Nacht. Wir sind neun Leute in der Online-Konferenz. Um wie viel Uhr bist du heute zu Hause? Ich bin heute um 16 Uhr zu Hause. Ich bin heute um 16 Uhr zu Hause. Wollen wir uns dann in dem Sushi-Restaurant treffen, das du mir empfohlen hast? Ja, gerne. Das können wir machen. Das Parkhaus ist voller Autos. Es gibt keinen Platz mehr. Ich warte im Wartebereich, bis ich aufgerufen werde. Wir setzen alle Computer zurück, weil wir sie alle verkaufen werden. Wir setzen alle Computer zurück, weil wir sie alle verkaufen werden. Alle Computer wurden von jemandem kaputt gemacht. Alle Computer wurden von jemandem kaputt gemacht. In unserer Firma hat jeder einen Computer an seinem Arbeitsplatz. Die Erstplatzierte hat sieben Monate nur für dieses Turnier trainiert. Die Erstplatzierte hat sieben Monate nur für dieses Turnier trainiert. Der Skatepark ist immer voll. Der Skatepark ist immer voll. Die Kinder üben Ski zu fahren. Die Kinder üben Ski zu fahren. Die Kinder üben Ski zu fahren. Ich gehe immer duschen, nachdem ich Sport gemacht habe. Die Kinder üben Ski zu fahren. Der Mann sieht mir zum Verwechseln ähnlich. Niemand kann das Duell jetzt noch verhindern. Nach sehr harter Arbeit bin ich der reichste Mensch der Welt geworden. Ich hole meine Unterlagen für die Überweisung des Geldes heraus. Ich hole meine Unterlagen für die Überweisung des Geldes heraus. Das Erkennungssystem ist neu und dient zur Sicherheit meines Geldes. Meine Katze liebt es, mit diesem Ball zu spielen. Meine Katze liebt es, mit diesem Ball zu spielen. Es ist fast unmöglich hier einzubrechen, ohne geschnappt zu werden. Wir suchen schon seit einem Jahr nach Gold. Der Film läuft auch im Kino. Dieser Ort wird streng bewacht, weil das Gebäude alt ist. Dieser Ort wird streng bewacht, weil das Gebäude alt ist. Die Katze jagt den Ball. Ich beobachte die Vögel im Park. Ich beobachte die Vögel im Park. Das Telefon klingelt plötzlich und laut. Wir haben eine wichtige Lehrerkonferenz. Wir haben eine wichtige Lehrerkonferenz. Ich genieße die Ruhe am See. Ich genieße die Ruhe am See. Es gibt seit neuestem Kassen, wo man sich selbst bedienen kann. Die neue Lieferung ist angekommen. Die Lampe spendet Licht im Wohnzimmer. Die Lampe spendet Licht im Wohnzimmer. In der Nacht gehe ich immer auf den Balkon, um die Sterne zu beobachten. Das ist mein Familienstamm. Das ist mein Familienstamm. Lernen bringt dir im Leben mehr als am Handy zu sein. Lernen bringt dir im Leben mehr als am Handy zu sein. Das wird die nächste Stadt, die ich ausrauben werde. Heute ist es nicht so voll wie gestern. Heute ist es nicht so voll wie gestern. Der Superheld kämpft gegen den Superschorken. Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen. Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen. Wir starten gleich die Rakete. Wir starten gleich die Rakete. Ich habe heute nicht so viel ausgegeben. Ich logge mich wieder in meine E-Mail ein. Ich logge mich wieder in meine E-Mail ein. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Am Wochenende koche ich gerne neue Rezepte und probiere verschiedene Gerichte aus. Unsere Firma lief noch nie so gut. Unsere Firma lief noch nie so gut. Der Film beginnt gleich. Das ist der beste Traum. Das ist der beste Traum. Deshalb sollte man nicht beim Autofahren am Handy sein. Das sollte die letzte Lieferung sein. Das sollte die letzte Lieferung sein. Hexen gibt es nicht. 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 Das ist der beste Kaffee in der Gegend. Es hat 4,7 Sterne. Ich springe vom Springbrett. Am Montag ist der Strand immer leer, weil alle auf der Arbeit sind. Der Fischer fängt alle Fische auf einmal mit einem großen Netz. Der Fischer fängt alle Fische auf einmal mit einem großen Netz. Heute ist das Wasser sehr unruhig, es wird ein Sturm geben. Die Schurken in den Comics können Leser aus den Augen schießen. Ich esse mein Frühstück. Wir wiederholen noch einmal. Nicht vergessen, uns zu abonnieren und zu liken. Die Kinder spielen fröhlich im Sandkasten, während wir zuschauen. Heute sind die Wellen wirklich hoch. Heute sind die Wellen wirklich hoch. Ich lese das Buch im Garten. Ich lese das Buch im Garten. Der Hund spielt mit dem Ball. Ich schreibe eine E-Mail. Ich schreibe eine E-Mail. Ich öffne die Tür. Ich sehe die Wolken am Himmel. Ich sehe die Wolken am Himmel. Das ist mein Lebenslauf für meine Traumfirma. Das ist mein Lebenslauf für meine Traumfirma. Es lädt schon seit 10 Minuten. Es lädt schon seit 10 Minuten. Es ist alles gut. Ihre Laborwerte sind alle stabil. Mein Sparschwein ist bald voll. Ich werde mir davon eine Uhr kaufen. Mein Sparschwein ist bald voll. Ich werde mir davon eine Uhr kaufen. Die Straße ist belebt. Die Straße ist belebt. Das ist mein Chef und ich bin die Sekretärin. Das ist mein Chef und ich bin die Sekretärin. Der Mond scheint über dem See. Der Mond scheint über dem See. Ich schreibe jeden Tag in mein Tagebuch, um meine Erinnerungen festzuhalten. Ich schreibe jeden Tag in mein Tagebuch, um meine Erinnerungen festzuhalten. Der Kuchen im Ofen duftet lecker. Der Kuchen im Ofen duftet lecker. Die Sonne scheint durch das Fenster. Die Sonne scheint durch das Fenster. Das Fahrrad ist brandneu. Das Fahrrad ist brandneu. Das sind die Kandidaten, die weitergekommen sind. Das sind die Kandidaten, die weitergekommen sind. Wir drehen einen Film mit Hilfe von Greenscreen. Wir drehen einen Film mit Hilfe von Greenscreen. Denn zwei Kandidaten werden jetzt Matheaufgaben gestellt und sie müssen diese beantworten. Wir arbeiten bis spät in die Nacht. Wir arbeiten bis spät in die Nacht. Wir sind neun Leute in der Onlinekonferenz. Wir sind neun Leute in der Onlinekonferenz. Wir arbeiten bis spät in die Nacht. Wir arbeiten bis spät in die Nacht. Wollen wir uns dann in dem Sushi-Restaurant treffen, das du mir empfohlen hast? Wollen wir uns dann in dem Sushi-Restaurant treffen, das du mir empfohlen hast? Ja, gerne, das können wir machen. Das Parkhaus ist voller Autos, es gibt keinen Platz mehr. Ich warte im Wartebereich, bis ich aufgerufen werde. Ich warte im Wartebereich, bis ich aufgerufen werde. Wir setzen alle Computer zurück, weil wir sie alle verkaufen werden. Alle Computer wurden von jemandem kaputt gemacht. Alle Computer wurden von jemandem kaputt gemacht. In unserer Firma hat jeder einen Computer an seinem Arbeitsplatz. Die Erstplatzierte hat sieben Monate nur für dieses Turnier trainiert. Der Skatepark ist immer voll. Die Kinder üben Ski zu fahren. Die Kinder üben Ski zu fahren. Ich gehe immer duschen, nachdem ich Sport gemacht habe. Die Kinder üben Ski zu fahren. Der Mann sieht mir zum Verwechseln ähnlich. Niemand kann das Duell jetzt noch verhindern. Niemand kann das Duell jetzt noch verhindern. Nach sehr harter Arbeit bin ich der reichste Mensch der Welt geworden. Ich hole meine Unterlagen für die Überweisung des Geldes heraus. Ich hole meine Unterlagen für die Überweisung des Geldes heraus. Das Erkennungssystem ist neu und dient zur Sicherheit meines Geldes. Meine Katze liebt es, mit diesem Ball zu spielen. Meine Katze liebt es, mit diesem Ball zu spielen. Es ist fast unmöglich, hier einzubrechen, ohne geschnappt zu werden. Es ist fast unmöglich, hier einzubrechen, ohne geschnappt zu werden. Wir suchen schon seit einem Jahr nach Gold. Wir suchen schon seit einem Jahr nach Gold. Der Film läuft auch im Kino. Dieser Ort wird streng bewacht, weil das Gebäude alt ist. Dieser Ort wird streng bewacht, weil das Gebäude alt ist. Die Katze jagt den Ball. Die Katze jagt den Ball. Ich beobachte die Vögel im Park. Ich beobachte die Vögel im Park. Das Telefon klingelt plötzlich und laut. Das Telefon klingelt plötzlich und laut. Wir haben eine wichtige Lehrerkonferenz. Wir haben eine wichtige Lehrerkonferenz. Ich genieße die Ruhe am See. Ich genieße die Ruhe am See. Es gibt seit neuestem Kassen, wo man sich selbst bedienen kann. Die neue Lieferung ist angekommen. Die Lampe spendet Licht im Wohnzimmer. Die Lampe spendet Licht im Wohnzimmer. In der Nacht gehe ich immer auf den Balkon, um die Sterne zu beobachten. Das ist mein Familienstamm. Das ist mein Familienstamm. Lernen bringt dir im Leben mehr als am Handy zu sein. Das wird die nächste Stadt, die ich ausrauben werde. Heute ist es nicht so voll wie gestern. Heute ist es nicht so voll wie gestern. Der Superheld kämpft gegen den Superschurken. Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen. Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen. Wir starten gleich die Rakete. Wir starten gleich die Rakete. Ich habe heute nicht so viel ausgegeben. Ich habe heute nicht so viel ausgegeben. Ich logge mich wieder in meine E-Mail ein. Ich logge mich wieder in meine E-Mail ein. Ich habe heute nicht so viel machen. Ich habe heute nicht so viel zu machen. Ich habe nichts getan. und probiere verschiedene Gerichte aus. Unsere Firma lief noch nie so gut. Der Film beginnt gleich. Das ist der beste Traum. Deshalb sollte man nicht beim Autofahren am Handy sein. Deshalb sollte man nicht beim Autofahren am Handy sein. Das sollte die letzte Lieferung sein. Hexen gibt es nicht. Nach der Arbeit entspanne ich mich gerne mit Musik und einem Buch. Nach der Arbeit entspanne ich mich gerne mit Musik und einem Buch. Das ist der beste Kaffee in der Gegend. Es hat 4,7 Sterne. Ich springe vom Springbrett. Am Montag ist der Strand immer leer, weil alle auf der Arbeit sind. Der Fischer fängt alle Fische auf einmal mit einem großen Netz. Der Fischer fängt alle Fische auf einmal mit einem großen Netz. Heute ist das Wasser sehr unruhig. Es wird ein Sturm geben. Heute ist das Wasser sehr unruhig. Es wird ein Sturm geben. Die Schurken in den Comics können Leser aus den Augen schießen. Ich esse mein Frühstück. Ich esse mein Frühstück. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie für weitere Deutsch-Lern-Videos. Viel Erfolg beim Lernen! Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie für weitere Deutsch-Lern-Videos. Viel Erfolg beim Lernen! Wir wiederholen noch einmal. Nicht vergessen, uns zu abonnieren und zu liken! Wir wiederholen noch einmal. Nicht vergessen, uns zu abonnieren und zu liken! Die Kinder spielen fröhlich im Sandkasten, während wir zuschauen. Heute sind die Wellen wirklich hoch! Heute sind die Wellen wirklich hoch! Ich lese das Buch im Garten. Ich lese das Buch im Garten. Der Hund spielt mit dem Ball. Ich schreibe eine E-Mail. Ich schreibe eine E-Mail. Ich schreibe eine E-Mail. Ich öffne die Tür. Ich öffne die Tür. Ich sehe die Wolken am Himmel. Ich sehe die Wolken am Himmel. Das ist mein Lebenslauf für meine Traumfirma. Das ist mein Lebenslauf für meine Traumfirma. Es lädt schon seit zehn Minuten. Es lädt schon seit zehn Minuten. Es ist alles gut. Ihre Laborwerte sind alle stabil. Mein Sparschwein ist bald voll. Ich werde mir davon eine Uhr kaufen. Mein Sparschwein ist bald voll. Ich werde mir davon eine Uhr kaufen. Die Straße ist belebt. Das ist mein Chef und ich bin die Sekretärin. Das ist mein Chef und ich bin die Sekretärin. Der Mond scheint über dem See. Der Mond scheint über dem See. Der Mond scheint über dem See. Der Kuchen im Ofen duftet lecker. Der Kuchen im Ofen duftet lecker. Der Mond scheint über dem Fenster. Der Mond scheint über dem Fenster. Der Mond scheint durch das Fenster. Das sind die Kandidaten, die weitergekommen sind. Wir drehen einen Film mithilfe von Greenscreen. Wir drehen einen Film mithilfe von Greenscreen. Denn zwei Kandidaten werden jetzt Matheaufgaben gestellt und sie müssen diese beantworten. Wir arbeiten bis spät in die Nacht. Wir arbeiten bis spät in die Nacht. Wir sind neun Leute in der Online-Konferenz. Um wie viel Uhr bist du heute zu Hause? Ich bin heute um 16 Uhr zu Hause. Wollen wir uns dann in dem Sushi-Restaurant treffen, das du mir empfohlen hast? Wollen wir uns dann in dem Sushi-Restaurant treffen, das du mir empfohlen hast? Ja, gerne, das können wir machen. Das Parkhaus ist voller Autos. Es gibt keinen Platz mehr. Das Parkhaus ist voller Autos. Es gibt keinen Platz mehr. Ich warte im Wartebereich, bis ich aufgerufen werde. Wir setzen alle Computer zurück, weil wir sie alle verkaufen werden. Wir setzen alle Computer zurück, weil wir sie alle verkaufen werden. Alle Computer wurden von jemandem kaputt gemacht. Alle Computer wurden von jemandem kaputt gemacht. In unserer Firma hat jeder einen Computer an seinem Arbeitsplatz. In unserer Firma hat jeder einen Computer an seinem Arbeitsplatz. Die Erstplatzierte hat sieben Monate nur für dieses Turnier trainiert. Die Erstplatzierte hat sieben Monate nur für dieses Turnier trainiert. Der Skatepark ist immer voll. Der Skatepark ist immer voll. Die Kinder üben Ski zu fahren. 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 Ich gehe immer duschen, nachdem ich Sport gemacht habe. die Kinder üben Ski zu fahren. Der Mann sieht mir zum Verwechseln ähnlich. Niemand kann das Duell jetzt noch verhindern. Nach sehr harter Arbeit bin ich der reichste Mensch der Welt geworden. Ich hole meine Unterlagen für die Überweisung des Geldes heraus. Ich hole meine Unterlagen für die Überweisung des Geldes heraus. Das Erkennungssystem ist neu und dient zur Sicherheit meines Geldes. Meine Katze liebt es, mit diesem Ball zu spielen. Es ist fast unmöglich hier einzubrechen, ohne geschnappt zu werden. Wir suchen schon seit einem Jahr nach Gold. Der Film läuft auch im Kino. Dieser Ort wird streng bewacht, weil das Gebäude alt ist. Dieser Ort wird streng bewacht, weil das Gebäude alt ist. Die Katze jagt den Ball. Ich beobachte die Vögel im Park. Ich beobachte die Vögel im Park. Das Telefon klingelt plötzlich und laut. Wir haben eine wichtige Lehrerkonferenz. Wir haben eine wichtige Lehrerkonferenz. Ich genieße die Ruhe am See. Ich genieße die Ruhe am See. Es gibt seit neuestem Kassen, wo man sich selbst bedienen kann. Die neue Lieferung ist angekommen. Die Lampe spendet Licht im Wohnzimmer. Die Lampe spendet Licht im Wohnzimmer. In der Nacht gehe ich immer auf den Balkon, um die Sterne zu beobachten. Das ist mein Familienstamm. Das ist mein Familienstamm. Lernen bringt dir im Leben mehr als am Handy zu sein. Lernen bringt dir im Leben mehr als am Handy zu sein. Das wird die nächste Stadt, die ich ausrauben werde. Heute ist es nicht so voll wie gestern. Heute ist es nicht so voll wie gestern. Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen. Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen. Wir starten gleich die Rakete. Wir starten gleich die Rakete. Ich habe heute nicht so viel ausgegeben. Ich logge mich wieder in meine E-Mail ein. Ich logge mich wieder in meine E-Mail ein. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Am Wochenende koche ich gerne neue Rezepte und probiere verschiedene Gerichte aus. Unsere Firma lief noch nie so gut. Unsere Firma lief noch nie so gut. Der Film beginnt gleich. Das ist der beste Traum. Deshalb sollte man nicht beim Autofahren am Handy sein. Das sollte die letzte Lieferung sein. Hexen gibt es nicht. Nach der Arbeit entspanne ich mich gerne mit Musik und einem Buch. Nach der Arbeit entspanne ich mich gerne mit Musik und einem Buch. Das ist der beste Kaffee in der Gegend. Es hat 4,7 Sterne. Das ist der beste Kaffee in der Gegend. Es hat 4,7 Sterne. Ich springe vom Springbrett. Ich springe vom Springbrett. Am Montag ist der Strand immer leer, weil alle auf der Arbeit sind. Am Montag ist der Strand immer leer, weil alle auf der Arbeit sind. Der Fischer fängt alle Fische auf einmal mit einem großen Netz. Der Fischer fängt alle Fische auf einmal mit einem großen Netz. Heute ist das Wasser sehr unruhig. Es wird ein Sturm geben. Die Schurken in den Comics können Leser aus den Augen schießen. Ich esse mein Frühstück. Ich esse mein Frühstück. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie für weitere Deutsch-Lern-Videos. Viel Erfolg beim Lernen! Tschüss! 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 Sieht zum nächsten Mal. Bye.